Jesus möchte in unserem Herzen wohnen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Jesus möchte ganz unser Herz haben. Und er möchte unser Herz reinigen. Und er möchte auch, dass wir demütig vor ihn treten. Halleluja. Und deswegen ist dieses Gebet, was einige vielleicht aus der Kindheit kennen, so ein wahres, reines, wertvolles Gebet. Und ich hoffe, du kannst es mitsprechen. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Halleluja. Ja, so soll es sein. So soll es sein. Jesus alleine. Jesus allein.